Ja gut, das ist jetzt echt unlucky, dass sie mich gerade schon hier so krass belagern. So, der geht weg. Sehr schön. Dann müssen wir den einmal ausschalten. Sehr schön. Dann fahren wir mal da hin. Na komm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, bevor er zielt. Dann komm du wieder einmal zurück. Du kannst rein theoretisch gleich oben bleiben. Ihr seid die neue Nummer. Oh, insgesamt alle drei. Das gehört noch mir. Dann bauen wir halt nochmal den Energiekehren dahin. Jo, unser Mate ist gerade am Arsch. Mann, halt, dann fliegen wir mal hier rüber. Dann das Erd nicht hinkriegt. Dann bauen wir das Ding erstmal. Ja, also das könnte jetzt ein dezentes Problem sein, dass unser Mate da nicht großartig irgendwas hat. Und da wir uns da gerade wegziehen, ist natürlich auch für uns ein großes Problem da. Ähm, in Sachen, dass wir... Okay, deswegen müssen wir einmal reparieren. Äh, okay. Wir können immer noch Rocket Angels bauen. So. Können wir den noch einmal angreifen, dass er so ein bisschen das Erwähnsten irgendwie nochmal zurückkommt. Kann, einigermaßen. So. Hier kommt jetzt rüber. Als nächstes gehen wir hier rauf, weil das geht mir langsam auf den... Dezent auf den Nerven. Das ist jetzt dezent ungünstig. Äh. Nein. Ja. Sehr schön. Also, ich weiß nicht, was da gerade das Problem von ihm war. Äh, so. So, wo haben wir denn die Rocket Angels? Da haben wir noch die nächsten Rocket Angels. Es ist gerade echt... Äh... Spiel speichern. Ich speichere mal auf Adler 2. So. Das Ding muss kaputt. Ja gut, das ist gerade unrelevant. Frage ist, von welchem Stützpunkt nerven die mich so krass. Von da oben, ne? Äh... So, Ballonbomben. Ballonbomben machen wir nochmal hier rauf. Dann machen wir da rauf noch ein bisschen was. Oh ja. Das ist die Basis, die mir komplett auf den Sack geht. Die sind kaputt. Dann gehen wir da rauf. Äh... Da drauf müssen wir... Ist soweit okay, tatsächlich. So, tot, 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 tot. Wir müssen jetzt ganz kurz mal nochmal warten. Dann können wir den auf jeden Fall nochmal kaputt machen. Wir haben so viel Geld, wir können nochmal Rocket Angels pumpen. Der hat ja überhaupt keine Chance. Ihr geht einmal da hin. Leider kann ich die halt nicht reparieren. Alter. Die minimieren mich gerade echt krass, ne? Ich auch gerade... Hier auch gerade... Weil die gehen mir jetzt langsam ein bisschen auf dezent auf die Nerven. Okay. So, ich weiß, ich habe jetzt herbe Verluste. Nichtsdestotrotz müssen die jetzt erstmal weg. Wir machen es auf jeden Fall weiter über die Rocket Angels. Weil es halt unser sehr, sehr guter Stroß-Trupp ist. Oh, zack. Zack. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, trotzdem packen wir es. Sehr schön. Ja gut, die können im Endeffekt erstmal nix. Nein. Das Ding muss auf jeden Fall erstmal weg. Den können wir da gegen vorgehen. Die können nichts gegen uns machen. Nächsten Rocket Angels. Oh, wir haben keine Dinge jetzt mehr. Wir haben nicht genug Energie. Das Ding dauert doch alles so lange. Ja gut, die Dinge haben uns halt gut weggeschossen, muss man dazu sagen. Die großen Bomber waren halt sehr, sehr hart. Trotzdem, wir haben genug Rocket Angels auch schon auf dem Spot. Das passt. Das passt. Ja, ja, mein Gott. Das passt sehr, sehr gut. So, ganz schnell hier rüber. Bevor die Thanos-Kanone irgendwas machen kann. Du fährst schon mal. So, 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 so. Ach, Mann. Den passt. Nächstes den. Der ist halt so geil. Mit den Rocket Angels. Na komm. Weil die halt so vielfältig sind. So. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passieren wird in Sachen. Was weiß ich was. Nichtsdestotrotz. Wir haben es jetzt mittlerweile soweit, dass wir das noch mal da drauf machen können. Dann packen wir das noch mal da drauf. Wenn wir da mal rauf. Brauchst jetzt nicht großartig irgendwas. So. Wir machen mal alles mit Rocket Angels. Perfekt. Okay, da drauf. Oh, jetzt nicht großartig irgendwas regeln. Da schicken wir gleich einen Ingenieur hin. Als nächstes gehen wir da drauf. Da brechen wir oder pausieren wir mal ganz kurz. Was ist hier großartig an... Einheit? Nichts, ne? Ach doch. Das Ding. So, zack. Das Ding ist ein Schrott. Dann müssen die sich eigentlich nur auf den Raketen-Werfell-Spackow da erstmal konzentrieren. Und der fällt auch sehr, sehr schnell. Alles andere können wir auf jeden Fall so rausziehen. Das ist nicht so das Problem. Auch das ist kein Problem. Das passt. So, das steht auch so. Alter, lasst euch doch nicht abschießen. Ich bin euer Einheit. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Bis dahin. Mann, lasst euch doch nicht abschießen, Mann. Das ist teilweise so dumm, dass die halt... Einheit verloren. ...sich abschießen lassen. Und halt nicht drauf reagieren. Das ist echt nervig. Dann brauchen wir nochmal einen Dojo-Kern. Unser Verbündeter wird angegriffen. Okay. Muss ich dich einnehmen oder muss ich dich gestören? Äh, oben. Okay. Äh, dann brauchen wir doch noch einen davon. So, Dojo-Kern ist bereit. Dann bauen wir nämlich hier nochmal einen Dojo-Kern hin. Dann können wir da nämlich... Obwohl, dann muss ich auch die Dinge nochmal machen, ne? Oh, na egal. So. Ist da drauf. Ist schon krass, wie die mich belagern, ne? Gut, das passt. Brauche ich einmal komplett neu aufgebaut. Wir sind jetzt fünf... Leute, mit Sternchen. Das ist halt so krass, ne? Äh... Bonus-Ziel erreicht. Sehr schön. Dann geht der nämlich uns schon mal nicht mehr auf den Nerven. Dann müssen wir hier oben einfach nur noch mal ein bisschen was machen. Kann ich leider nicht. Die nochmal mit. Wir sind sie aggressiv. Ja, gut, das brauchen wir dann sicher nicht. Äh... Na, komm. Komm mal her. Sehr schön. Nichtsdestotrotz... Ach, wir brauchen den Nano-Großrechner nochmal. Stimmt. Äh... Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, tatsächlich. Äh... Ich brauche davon zwei. Also, wir haben kein Geld. Ah, ja gut, das haben sie da halt zerstört. Oh, das ist halt doof. Das zumindest habe ich das hier vorne. Noch? So als bisschen Geld. Beziehungsweise Geld, äh... Ja, Geldmöglichkeit. Bauen wir da, da ein bisschen was. Bauen wir die da. Und dann sollte es ja auch wieder passen. Klar, das Geld ist jetzt halt übel ekelhaft. Der fährt nach vorne. Ich kann halt hier nochmal ein bisschen was bauen. Mit den Rocket Angels. Kann ich denn nach vorne gehen? Wird schwierig. Also, geldtechnische Mission selbst nicht. Auch wenn sie ein bisschen lange dauert. Ich habe jetzt so einen guten Rocket Angels. Äh, das ist jetzt nicht so das Problem. Da gibt es gleich Geld. Da könnte ich nochmal einen nehmen. Hier wird nochmal ein Stützpunkt sein. Und hier oben ist ja der größere Stützpunkt. Also, overall ist es jetzt nicht schlimm. Äh... Irgendwas auch für zwei, nee. Nein, ihr seid mal die neue Eins. So. Hier geht erstmal dahin. Und dann können die sich einmal austoben. Ja, ja. Aber die können sich dann halt einmal gut austoben dann. Äh... Da sind noch welche. Oben machen sie auf jeden Fall gerade nichts. Das ist sehr, sehr gut. Seid ihr mal die zwei? Dass ich ein bisschen besser... Ach, das Ding ist immer nicht fertig. Okay, der fördert auf jeden Fall schon mal. Der fördert. Dann kannst du auch schon mal hier hochfahren. Das passt denn. Ach, der ist nicht angekommen oder was? Das ist natürlich jetzt anlackig. Dass der halt nicht angekommen ist. Äh... Das läuft. Rocket Angels. Also, die brauchen hier auf jeden Fall eine gute Verteidigung. Jedes Mal, wenn die hier herankommen, das ist jetzt schon arg nervig. Ähm... Wer kann erst mal das Kommando wieder behalten? Wir müssen jetzt warten, bis irgendwas funktioniert. Wir müssen warten, bis der eingenommen hat. Ich könnte hier nochmal... Geldtechnisch was machen. Interessanterweise, was baue ich denn? Ich baue doch eigentlich nur Rocket Angels noch. Obwohl es mittlerweile wahrscheinlich schon ausreichen würde. So, ich werde nochmal speichern. Adler Japan. Wir haben es ja doch soweit ganz gut unter Kontrolle. Gehen wir mal da drauf. Ah, zurück. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht, dass der Einzelne kommt. Okay, er kommt nicht einzeln. Alter, wie viel da ist. Gerade. Dann machen wir es mal so. Ah, schade. Das hat nicht ganz so funktioniert. Ich weiß, ich halte... Haben wir da vielleicht ein bisschen zu viel raus? Oh, die kommen gar nicht unten an? Obwohl, wenn sie die abschießen... Gut, wenn sie die abschießen, ist das gar nicht mal so blöd. Aber die haben wirklich viel. Sehr, sehr viel Anti. Ja. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart werden. Das ist jetzt nicht so das Problem. Nein, das ist der Ingenieur. Okay.